Neu, Caitlyn flashed! Komm mal rein! Ähm, ich bin rum! Verdammt! Das ist los! Lass uns doch mal weiter! Hier, Arthrox, verpiss dich von meiner Lane, sonst kriegst du heute noch... Oh, Alter, der soll den Kopf zumachen! Ich könnt ja mitte kommen, aber ich hab keine Ulti! Ich hab in zwei Sekunden wieder Ulti! Ja, ich nicht! Ich hab jetzt wieder Ulti! Ich weiß nur, dass der Scheiß Arthrox mir... Äh, Verteidiger einfach! Einfach nur verteidigen! Das reicht schon! Ja, aber ich will die Nieder unter Umständen gehen bei dem Blubber... So, Arthrox, jetzt hab ich dir ein bisschen zugesetzt, jetzt kannst du mich wieder marschlecken! Ach so, es ist! Ach so, es ist! Ne, nur so, weil er jetzt die ganze Zeit after top war, da hab ich mir gedacht, sag's es ist! Power Red! Also, jetzt hätte ich Ulti! Ich könnte runterkommen, wenn du willst! Ähm, ich muss hier ganz kurz ein bisschen von Niedersperren, deutschen... Ah, ich komm mal einfach mal runtergelaufen! Neue, nice flash! Komm mal, wo man hinten, nicht soll sich stören! Sagen wir mal, wo ich hinspringen muss, dann passt das schon! Oh, man! Also, sie sind nicht ganz schlimm! Oh, man! Alter, das ist alles! Das muss man mal sagen! Lass dir nicht schneller, ey! Ne, die Minions lasse ich dir, aber ich glaube, ich stelle mich einfach mal eiskalt davor! So, ich hab abgefangen! Noch was! Alkohol! Kacke! Was weiß ich, Wichse! Ähm, den Bluboff kannst du jetzt haben! Ich würde ja gerne reinspringen! Jetzt habe ich keine Mana-Probleme mehr! Ich würde ja gerne rein, aber das Problem ist, ich treffe den dann wieder nicht! Wo ist denn eigentlich der andere hin, der auf der Top-Lean war? Den finde ich gerade nicht! Ich stehe jetzt so schnell! Wir können doch noch brauchen! Nichts da! Nein, lass! Entschuldigung! DJ! Achso, ich wollte gerade sagen, wenn ihr Probleme habt müsst ihr nach unten rufen. Aber wollen wir mal Botlane besuchen? Ich gehe erstmal kurz weg und kaufen mir was! Okay! Okay, die Wand war jetzt GG! Aber du musst sagen, das war jetzt ein guter Move von mir, ne? Ich habe alles abgefangen! Nein! Ich meine, sie hätten mich auch töten können! Ich wäre eh nur mehr eingewiesen! Ähm, ähm... Ja, ähm, hab ich auch so gedacht da hin! Ähm, auch nur so! Na, ging nicht mehr! Also, irgendwie spielen wir heute mal besser! Oh! Oh, ich hab's... Ich hab's in den Mund genommen! Ich hab's in den Mund genommen! Jetzt wird's schlecht! Das hab ich doch schon so im Gefühl, weißt du! So, ich nehm' jetzt einfach mal gegen die Nieder ein schönes Benchies-Wail! Ich hätte gesagt, in sieben Sekunden, ich bleib' nur ein bisschen auf der Mitte und dann spring' ich auf die Nieder! Und dann ist sie wieder tot! Aber ich fahr' mir erst mal! Ist ja nicht das Problem, sie zu kennen! Das ist ja easy! Das Problem, Elevia hält nichts aus! Was? Ja, doch, aber ich glaub' die kannst du so gut pullen! Oh, das hat doch! Ja, ich pushe die ein bisschen auf Leben! Muss ja auch! Einfach mal die W aktivieren! Sag mal, ist der AFK oder so? Wer denn? Na, äh, Kragers! Den seh' ich aber auch! Den seh' ich noch gar nicht, den hab' ich oben noch nicht wieder gesehen! Der fühlt sich irgendwie gedisst, dass wir ihn so oft gekillt haben! Gescheiden recht! Mein Sohn! Denkst du, dass der killst ist oder was? Nein, oder nicht! Na, der Flame kommt sowieso gleich! Mir ist egal! Ach, lass'n Flame! Soll seine Muschi enttarnen! Hinter dir, Nidoli! Lass' killen! Ich hab' Blube! Oh, ich müsste ja mal hier was hinstellen! Oh, das hat nicht mehr als Magical Quit gezählt! Ach, lass' sie doch! Alter, weißt du? Da wollte ich gerade richtig machen! Alter, ich kann mich auch nicht bewegen! Oh! Das ist Slash! Lassen mich! Ja, ich konnte nur Ulti, weil ich bin einfach in sie reingelaufen! Ja, komm! Fuck dich! Oh, das muss... Das sah aber mit sich aus jetzt, das muss ich zugeben! Wenn ich die Rebirth hab, töd ich die... Oh, da kommt noch ein paar... Hat die ein Glück! Ich spring wieder mal rein! Geh auf, geh auf die, wenn dann! Geh auf die! Geh auf die! Äh, lohnt sich das, wenn ich da jetzt reinspringe, oder soll ich's lassen? Das Lassen sind drei! Ein Versuch wert! Den wieder los! Ey, da war's schon los! Ich hab übelst ein Ping! Wasch da los! Ich kaufe mir erst mal was! Also Lysandra Jungle funktioniert... ...relativ... ...mit nem Ping überhaupt nicht! Ich weiß noch, beim Livestream übelst die Pingenschwankungen... ...aber die waren ja hardcore, ne? Ey, sorry, aber ich muss hier... Wie war's von neu... Oh! Top! Von 39 bin ich dann mal schnell so auf... ...120 gesprungen und wieder zurück! Obwohl ich jetzt mal, äh, das andere... Ich brauch keine Hilfe! Ich brauch keine Hilfe! Ich brauch die Stöcke! Stonsi! 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 Hey, meine Minions! Verpiss dich! Wichser! Oh! Ich muss mal kurz... Oh, drive me! Hast du den gesehen? Warte, ich will ne Es ist! Warte, 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 warte! Ich will ne Es ist! Darauf besteh ich! Wir legen's doch drauf an, dass hier genauso endet, oder? Sag mal, muss ich jetzt hier in halben... die wir im Art und die Gäste ein halben... ...wie im Art und die Gäste erkannt... ... obwohl der Klins ist... ... nächster... ... ... ... ... ... ... Prozent der ETH A so spielt man gegen die Pläne ist ja ich habe ein Rettbewerb und in das Gesetze zu kommen nächstes Ex-Level-Präschen und also irgendwie läuft es gerade gut aber nicht nur für alle Positiven ich bin eigentlich kein Profis ist meine Katte gern also mit einem Melfall zu nur kalt die ist eigentlich nicht nur schlicht oder 4 2 was sagt ihr dazu meinetwegen den Verrückung Unruf kann nicht mehr fragen sagen wir mal wieso spiele ich eigentlich 4-2-2 los geht sie die kannst du okay jetzt die sind in Dauereben äh du musst mal so ungefähr 60 Sekunden warten und dann habe ich so ich bin ich komme einfach mal mit das kann nicht schaden ups zu wie viel sei denn gerade auf der Mitte also 30 Sekunden müssten wir noch ich kann das nicht abfangen ja ich warte doch ich stehe doch schon am Tower aber ich brauche noch ich bin auch gleich jetzt ich habe 37 Sekunden da habe ich ein bisschen viel riskiert um alle ja ich habe gedacht geschafft doch die und denken jetzt wenn alle auf alle wenn sie uns weg 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 die wir haben sonst passiert ihr sowas also du musst weit genug von Blitz wegstehen am besten tust du einfach ein paar Sperre reinwerfen weißt du was du bist die Range von Blitz ist und Grab ist höher als die von meinem Speer komm ich brauche noch endlich jetzt habe ich ein bisschen Rüstung noch dann tauscht Just Q und Niederli die hat eine höhere Range ja Invis Speer hast du gesehen na ihr müsst auch schon mal herkommen ne sterbt bitte schön ne der war jetzt gut also schlecht sind wir ja gerade nicht ne das war die übelste Komor ja vor allem ich musste noch einspringen ich bin eingesperrt und wo kommen ich hätte gesagt High Five aber das geht jetzt nicht oh guck mal kennen wir die nicht komm den machen wir den machen wir fertig oh da unten ist ein Kragas auf der Boot komm ich stell mich an den Scheiß Tower im Tank ähm kleine äh geh da weg Alter lass mich doch erstmal ein bisschen Spaß haben hier komm lauf lauf ein Stück ich lauf nämlich hinter euch deswegen ich lauf hinter dir keine Angst äh was schon lass hm ne Hilfe äh ich hab mir eh nicht ja so ging es mir auch ich wollte mich eigentlich Ulti machen aber dann ist mir bei mir äh aber dann habe ich so gesehen ja geht nicht wo man kommt du könntest wenn du Ulti hast könntest du eigentlich reinspringen darfst du eigentlich die Linie reinlaufen du musst ein bisschen off-tank gehen dann klappt das schon passt das schon ach komm 5 4 5 das geht doch noch das ist gängig oh ich hab Ulti äh ich äh okay ich bin jetzt da für nächsten Trüttel ich auch ich muss mir nur sagen wann ich reinspringen soll dann passt das so soll ich nein noch nicht ich bin noch nicht da ich bin noch nicht steht noch ein bisschen okay er versucht mir anzugreifen aber ganz 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 ah scheiße ey das kriegen wir das kriegen wir das kriegen wir hin oh scheiße ich geh erstmal back ey komm ich spier hinaus ey komm ich spier hinaus ey komms ey komm ich spier